Psycho-logisch, jetzt lernst du dich kennen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, heute zum Thema Selbstoffenbarung. Bei meiner täglichen Arbeit als Coach und Berater stelle ich immer wieder fest, dass ein grosses Thema in der Gesellschaft darin besteht, dass die meisten nicht verstanden werden, falsch verstanden werden oder immer wieder mal den Eindruck haben, dass ihre Bedürfnisse nicht erhört werden. Das hat einen ganz einfachen Grund, den ich hier heute euch kurz und knackig wiederum darstelle, damit ihr neue Erfahrungen mit diesem Thema machen könnt. Selbstoffenbarung bedeutet eben, zeige dein Selbst und nicht sich täglich irgendwie darzustellen, wie man sich vorstellt, man sich zeigen müsste. Das ist aber ein logischer Prozess und kommt von daher, dass unser Ich, unser Ego ständig das Gefühl hat, es den anderen doch recht machen zu müssen, anderen vielleicht zu gefallen und vielleicht auch, ja, um gemocht zu werden. Das mag im ersten Moment im Außen gut ankommen. In dir selber schaffst du damit aber einen Konflikt, weil du selbst deine Bedürfnisse, dein Sein unterdrückst. So kannst du ja auch gar nicht wahrgenommen werden, wenn du täglich etwas anderes darstellst, wie du es in der Vorstellung kreierst, statt einfach mal dich selbst zu offenbaren, was du fühlst, was deine Bedürfnisse sind, was du wirklich willst. Nun, die Annahme ist auch hier wieder, dass unser Gehirn, dass das Ego beheimatet, sich tagtäglich auf unsere Mitmenschen fokussiert und sich dabei ständig überlegt, ja, wie muss ich denn sein? Wie muss ich mich verhalten? Wie muss ich den anderen gegenüber etwas zeigen, damit vielleicht etwas zurückkommt? Sprich, wir legen ein Verhalten an den Tag, einen Ausdruck an den Tag, filtern unsere Aussagen alles nur, um ja, dem Frieden zu lieben, die Realität zu wahren, zu gefallen, es anderen recht zu machen. Das schafft aber immer einen Konflikt mit deinem Selbst, weil du in dir drin hast in der Regel ganz eine andere Meinung, ganz einen anderen Eindruck von dir und dann steht die Falle. Wenn du immer Rücksicht nimmst, wie du für andere zu sein hast, dann wirst du auch falsch wahrgenommen. Und Menschen kommen auf eine sehr merkwürdige Art und Weise auf dich zu. Das muss und sollte so nicht sein. Ich kann dir nur empfehlen, trau dich, habe den Mut, dich zu fragen, was will ich eigentlich, was ist meine Meinung, was sind meine Bedürfnisse, wie will ich wahrgenommen werden? Und zwar nicht dem Frieden zuliebe oder den anderen zu gefallen, sondern damit du dir selbst gefällst. bedeutet also, was fühle ich, um dich selbst mal zu offenbaren. Dieses Gefühl löst bei dir auch ein Denken aus. Trau dich, deinen Mitmenschen, dein Denken, dein Fühlen zu offenbaren, weil wer dich wirklich als Mensch, als Wesen schätzt, der wird treu bei dir bleiben. Wer dich nur ausnutzt, wer nur auf seinen Vorteil bedacht ist, der wird sich von dir entfernen. Und das ist dann nicht tragisch, sondern du hast dich selbst als einen neuen Freund, als einen neuen Weggefährten kennen und schätzen gelernt. Und wer das nicht mag und schätzt, der ist es auch nicht wert, deine Zeit zu haben. Spiel mal mit dem Thema. Trau dich mal, dich selbst zu offenbaren. Das machst du vielleicht in ganz exquisiten Lebensbereichen, vielleicht bei deiner Familie, bei Freunden. Trau dich grundsätzlich, sichtbar zu machen, mit deinem Fühlen, mit deinem Denken, damit du dann auch wirklich so wahrgenommen werden kannst, wie du bist, was du möchtest, was wichtig ist für dich. Viel Spass beim Erfahrungen damit machen. Viel Spass bei einem neuen Erleben, einer neuen Lebensqualität. Wenn du dich traust, dich selbst zu offenbaren, wird die Welt anders auf dich reagieren, anders mit dir umgehen. Viel Spass damit. Bis zur nächsten Folge. Psychologisch, jetzt lernst du dich kennen.